I have a basic mechanical knowledge of the operation of the instrument and I got an imagination. And when the time comes up in the song, it's me against the laws of nature. So I'm going to have a small format, where I'm going to grab some crazy stories. And I'm going to step right in the article here. Burschenschaften, illegales Fechtduell endet blutig. In Erlangen haben zwei Studentenverbindungen offenbar ein verbotenes Duell ausgefochten. Zwei Teilnehmer wurden dabei schwer verletzt. Nun ermittelt die Polizei, die Burschenschaftler sehen den Ergebnissen mit Bangen entgegen. Die Germania Erlangen im süddeutschen Kartell ist eine Burschenschaft, in der die Mitglieder sich unverbrüchliche Gemeinschaft bis ans Lebensende schwören. Die Statuten schreiben vor, dass man für Ehrenhaftigkeit, Sittlichkeit, Wissenschaftlichkeit und Anteilnahme am politischen Leben eintritt. Weiter heißt es, jegliche Standesdünke, Berufsdünke und jegliches Klassendenken ist abzulehnen. Die Auffassung anderer sind zu achten. So gut, voll dämlich. Was ich interessant finde, eigentlich wäre es ja cool, wenn wir alle so einen Vorsatz hätten, dass wir am politischen Leben mitmachen. Eigentlich sollten wir alle Politik mitmachen. Mensuren soll charakterlicher Erziehung dienen. Schauen wir ganz kurz mal, was Mensuren ist. Eine Mensur ist ein traditioneller, streng reglementierter Fechtkampf zwischen zwei männlichen Mitgliedern unterschiedlicher Studentenverbindungen mit geschärften Klingenwaffen. Der fechttechnische Fachbegriff Mensuren von Lateinisch Mensura, Maß, Abmessung, bezeichnet seit dem 16. Jahrhundert einen festgelegten Abstand der Paukanten zueinander. Mensuren werden von vielen Verbindungen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, sowie einigen wenigen in Belgien, Polen und Baltikum gefochten, je nach Hochschulort mit Korb- oder Glockenschlägern. Verbindungen, die die Mensuren pflegen, werden allgemein mit dem Begriff schlagend bezeichnet. Die Paukanten sind heute bis auf Teile ihres Kopfes und Gesichts vor Verletzungen weitgehend geschützt. Gegebenenfalls dabei entstehende Wunden und deren Narben heißen Schmisse. Haben die Leute da in Erlangen wohl ein paar Schmisse mitgezogen? Ja, auch interessant, nur ist zwischen zwei männlichen Mitgliedern keine Frauen anscheinend. Die sogenannte Mensur gilt dabei als ein Mittel zur charakterlichen Erziehung der jungen Männer. Unter einer Mensur versteht man den Fechtkampf zwischen zwei männlichen Mitgliedern unterschiedlicher Studentenverbindungen mit Klingenwaffen. Die Germania-Mitglieder fechten mit Mitgliedern anderer Verbindungen nach strengen Reglement und genauen Sicherheitsvorschriften, die auch das Tragen besonderer Kleidung einschließt. Ein Arzt ist dabei zugegen. Dies bedeutet nichts anderes, als dass man lernt, sich in einer ungewöhnlichen, physisch und psychisch belastenden Situation zu beherrschen und die Ruhe zu bewahren, heißt es im Internet Auftritt der Germania. Wer vor den Fechthieben nicht weicht, kein Zucken zeigt und die Jury überzeugen kann, gilt als charakterlich gefestigtes Mitglied der rein männlichen Burschenschaft, was sich am 10. Februar aber offenbar in der Universitätsstraße 18 in Erlangen dem Sitz der Germania abgespielt hat, scheint mit diesem Ritual nur wenig gemeinsam zu haben. Pro Patria Sud statt normaler Mensuren in Erlangen. Nach internen Unterlagen der Antifa Freiburg, die dem Rechercheteam von Bayerischen Rundfunk und Nürnberg Nachrichten vorliegt, hatte die Turnerschaft Monika Bayreuth im Coburger Konvent zu einer dreigliedrigen Fechtfolge in die Huguenottenstadt geladen. Es sollten also drei Burschen gegen drei Turner antreten. Hiermit möchte ich euch herzlich zu unserer PP-Suit mit der B Germania Erlangen einladen, hieß es im internen Einladungsschreiben. Nur eine gewöhnliche Mensur war ganz offensichtlich nicht geplant, sondern eine PP-Suit. Die Bezeichnung steht für Pro Patria Sud, eine Fechtfolge für das Vaterland, ausgetragen unter verschärften Bedingungen und mit verminderten Schutzmaßnahmen. Es handelte sich demnach nicht um eine übliche Mensur. Ein solches Duell wird üblicherweise zur Bereinigung von Ehrenhändeln ausgetragen. Schwer verletzt mit Knochenverletzungen und Blutung. Im Laufe des Duells wurden zwei Mitglieder der Monika Bayreuth so massiv verletzt, dass sie in die Uniklinik Erlangen gebracht werden mussten. Es habe zwei klinische Abfuhren gegeben, hieß es danach in der Korrespondenz der Korporationen. Der internen Kommunikation zufolge wurde ein Beteiligter in die Uniklinik eingeliefert, weil ein Knochenlappen ca. 1 cm tief in die Kalotte eindrang und senkrecht nach oben stand. Also der Schädelknochen verletzt wurde. Dieser ließ sich mit sanfter Gewalt nicht reponieren, ohne ihn abzubrechen, hielt ein Beteiligter fest. Den Verletzten brachten die Burschenschaftler zu Fuß in das nahegelegene Universitätsklinikum in Erlangen. Der zweite Verletzte hatte einen satten, sauberen Terztreffer mit starker arterieller Blutung an zwei Stellen, berichtet ein Beteiligter. Trotz aller Tricks der erfahrenen Pauk-Ärzte gelang es nicht, die Blutungsquell zu eliminieren. Bei einer solchen Verletzung herrschte Lebensgefahr, sagte ein Arzt dem BRNN-Recherche-Team. Die Burschenschaftler riefen den Rettungswagen, weil der Kreislauf des Mannes immer wieder kippte. Trotz 1,5 Liter kristallener Infusion, wie ein Beteiligter schrieb, die integrierte Leitstelle rief die Polizei, die aufgrund der Verletzung nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Nur dadurch kam der Vorfall ans Licht. Weder die Turnerschaft Munica Bayreuth noch die Germania wollten öffentlich zu dem Vorfall Stellung nehmen. Da der Sachverhalt Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens sein soll, äußern wir uns ihnen gegenüber nicht, teilte Bertram Koch, Vorsitzender Burschenschaft Germania, dem Recherche-Team mit. Vorsatz der Körperverletzung nicht wegzudiskutieren. In der Burschenschaftszene wird die PP-Suit von Erlangen-Rege diskutiert. In einem internen Forum schrieb ein Burschenschaftler, es ist ja auch Hanebüchen mit Dreierklingen aufeinander einzudreschen. Sorry, aber da ist der Vorsatz einer erheblichen Körperverletzung nicht mehr hinwegzudiskutieren. Bei diesen Dreierklingen handelt es sich um schwere Klingen, also üblicherweise bei Mensuren eingesetzt werden. Das mache einen erheblichen Unterschied, weil die Verletzungen, die durch eine schwere Hiebwaffe verursacht werden, gravierender sein könnten, meint einer, der sich mit dem Kampf auskennt. Im Burschenschaftskreisen will man den Vorfall in Erlangen möglichst schnell aus der Öffentlichkeit schaffen. Die Vorfälle zwischen der Burschenschaft Germania und der Turnerschaft Munica bergen das Risiko, die Dachverbände erheblich zu schädigen, heißt es in einem internen Kommunikationspapier, das die Antifa Freiburg dem BRNN-Rechercheteam zur Verfügung stellte. Zudem würde der Vorfall auch zur Verunsicherung von jungen Burschenschaftlern beitragen, da die Verletzungen erheblich waren. Ältere Burschenschaftler sollten daher laut Papier vor allem gegenüber Jüngeren kommunizieren, dass dieser Unfall passiert, weil die Paukanten Dreierklingen verwendeten. Wir fechten im Waffenring nicht mit Dreierklingen. Waffenring meint den Zusammenschluss mehrerer schlagender Verbindungen. BGH untersagt Mansuren zum Austragen von Ehrenhändel. Dass die Burschenschaftler so aufgeregt sind, hat seinen Hintergrund in einem Gerichtsurteil von 1953 im Göttinger Mensurenprozess stellte der Bundesgerichtshof BGH fest, dass durch Mensuren gefährliche Körperverletzungen entstehen können. Diese seien allerdings nicht strafbar, weil die Kontrahenten diese einwilligen. Diese Mensuren blieben laut BGH-Urteil aber nur straflos, wenn diese nicht zum Austragen von Ehrenhändeln dienten. Eine PP-Suit wie in Erlangen aber wird üblicherweise zur Bereinigung von solchen Ehrenhändeln ausgetragen. Für Politikwissenschaftlerin Alexandra Kurt von der Justus-Liebig-Universität Gießen, die selbst über Studentenverbindungen promoviert hat, haben Ehrenstreitigkeiten, wie sie in einer Pro-Patrialsuit ausgetragen werden, nichts mit der Bestimmungsmensur zu tun, denen sich die Burschenschaftler quasi als Aufnahmeprüfung für die Kooperation unterziehen müssen. Eine PP-Suit bewege sich immer an der Grenze zur Legalität, sagte Kurt. Dazu habe es aber in der deutschen Nachkriegsgeschichte bislang nicht gegeben. Polizei hat Schwierigkeiten, Tathergang zu rekonstruieren. Doch inwieweit die jüngste PP-Suit, den denn nun tatsächlich ein juristisches Nachspiel haben wird, ist der Sache der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. Dort werden in den nächsten Tagen die Akten der Erlangen am Polizei eintreffen. Gegenstand der Ermittlungen ist und war auch, ob sich Veranstalter bzw. Teilnehmer an das grobe Regelwert gehalten haben, also ob die beteiligten Kopfbedeckungen und Schutzanzug trugen. Das lasse sich nur schwer herausfinden, sagt Christian Daut, der stellvertretende Leiter der Ermittlungsgruppe, denn die Kooperation der Zeugen habe sich in Grenzen gehalten. Die Mitglieder solcher Burschenschaften sind der Polizei gegenüber nicht unbedingt so aussagefreudig. Die wollen sich da nicht so in die Karten schauen lassen, sagt Daut. Zwar seien zwischen 10 und 15 Menschen bei dem Vorfall anwesend gewesen, die auch als Zeugen befragt wurden. Doch der Tathergang lasse sich eben aufgrund mangelnder Beschreibungen nicht wirklich rekonstruieren, so der Polizeihauptkommissar. PP-Suit auch bei Burschenschaften Franconia in Erlangen. Nach BRNN-Informationen fand ein solcher PP-Suit aber nicht nur im Februar bei der Germania in Erlangen statt, sondern am 12. November des vergangenen Jahres auch bei der Burschenschaft Franconia. Deren Mitglieder duellierten sich demnach mit Burschen der alten Breslauer Burschenschaft der Rackzix zu Bonn. Ein Burschenschaftler schrieb intern als Fazit zu dieser PP-Suit, Es hat mich wirklich außerordentlich gefreut, dass insbesondere so viele ältere Herren zur PP am vergangenen Samstag auf dem Frankenhaus erschienen sind. Es war wirklich eine gute Stimmung. Die Erlanger Franconia wurde vom bayerischen Verfassungsschutz wegen Rechtsextremismus beobachtet und gehört dem rechten Dachverband Deutscher Burschenschaft DB an. Burschenschaften befürchten Ermittlungen. Der Erlanger Grünen Stadtrat Dominik Saurer beobachtet die Burschenschaft in der Hugenortenstadt schon seit langem. Auch er hat von der PP-Suit bei der Franconia Kenntnis erlangt. Bei dieser Veranstaltung war auch mindestens ein Mitglied des Landesvorstands der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative mit Bezügen zur rechtsextremen Identitären Bewegung eingeladen, sagt Saurer. Bei dieser Veranstaltung ist laut BRNN-Informationen aber niemand schwer verletzt worden. Die Burschenschaftler sehen derzeit mit Bangen den Ermittlungsergebnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft entgegen. Sie befürchten, dass sich die Einschätzung zur Rechtslage von Mensuren grundlegend ändern könnte. Die Meinung haben sich seit den 50er Jahren verändert, schreibt einer in einem internen Chat. So, meine Freunde, es ist total interessant, was Menschen da machen. Wir haben gerade irgendwie neben einem Krieg, wir haben grundsätzlich auch gesellschaftliche Probleme, die wir eigentlich lösen sollten. Und dann überlegen sich Burschenschaften und andere Gruppen, wie die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen können. Und interessant ist, wie ist das eigentlich mit den Kosten? Weil wir müssen uns ja mal überlegen, wenn sie Burschenschaften sowas öfters machen und dann kommen die mit diesen Verletzungen ins Krankenhaus. Wer bezahlt das eigentlich? Weil eigentlich ist es ja nicht fair, dass jetzt irgendwie die Gesellschaft für solche Schäden aufkommt, wenn jemand eigentlich was Unrechtmäßiges macht. Also müssen diese Menschen dann nicht irgendwie auch ihre Schaden selbst verantworten und tragen? Also wäre es nicht wichtig, dass die dann auch für diese kompletten Arztkosten aufkommen? Und grundsätzlich denke ich mir immer, es ist so interessant, weil wir haben allgemein schon so viele andere Probleme. Und es wäre so cool, wenn man mal irgendwie aufkommen würde, dass Gruppen sich Zeit genommen haben, zum Beispiel gesellschaftliche Probleme anzunehmen. Zum Beispiel Menschen, die unter Armut leiden. Menschen, die nichts zu essen haben. Einfach Menschen, die anderen Menschen helfen. Das gibt es wahnsinnig selten, aber man hat irgendwie immer wieder Beiträge in den Zeitungen, wie Menschen sich gegenseitig wehtun, wie Menschen sich verletzen, wie Menschen einfach ziemlich negative Sachen miteinander machen. Ich verstehe es nicht. Aber naja, meine Freunde, ich hätte gesagt, wir sehen uns in einem bald wieder coolen Artikel aus der Region. Und ja, vielleicht habt ihr auch noch irgendwas zu dieser Sache gehört oder kennt euch auch mit Burschenschaften aus, dann lasst mir das unten in den Kommentaren. Genau, vielleicht auch der eine oder andere, der zum Beispiel schon mal in einer Burschenschaft war. Vielleicht kann der auch irgendwas zurücklassen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht es gut, meine Freunde. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge.